hallo hallo mein lieben freunde und herzlich willkommen zu einem neuen angezockt hier auf ich bin der onkel und wir zocken zusammen an maskerade das ganze ist eine demo auf der ps4 und los geht's the druid orbs the most desired coveted powerful pair of balls in all the realm many sought to possess them all met with a gruesome fate centuries past the orbs became the stuff of myth and legend by then tales of the great power grew spreading to distant shores bringing with it a new threat to the realm an invasion force of diabolical evil merciless unstoppable intent on seizing the orbs and enslaving the realm it's a great plan really for a bunch of clowns but there's just one tiny flaw the clowns don't know where the druid orbs are hidden but i do after dedicating half my jester life to finding the orbs i finally found the map that will lead me to them and i'd rather crack my right bottle than let the clowns get their hands on it hold that rope steady ho 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 my bad that's comedian i guess you could say she's the yin to my yang i'd never found the map without jax who are you talking to oh uh no one have you found it yet i got it get me out of here ha ha yes yes jax now the fun begins fun what were you talking about adventure me you finding the druid orbs and completing the quest of a lifetime everything is an adventure with you jacks hey you're not supposed to be here it's the blue god we've been looking for you crap run okay maskerade the baubles of doom so der richtige titel und ja wir spielen die demo version natürlich extras big noise big noise prolog jacks prolog vorschau voll version ja wir wollen mal schauen was diese demos zu bieten und was das überhaupt für ein spiel ist und ich sagen mal neues spiel wir machen das ganze auf mittel und let's go und get the blue god come on hurry up it's our note if we don't get him get him get him Ich kann es nicht glauben, dass wir es gemacht haben, Jax. Die Mappe der Druid-Orbs. Nach dem ganzen Zeit, es ist uns. Da geht der grand Plan für den Rimm. Fohlen von einem Gester. Siehst du den Blick auf den Kapitän? Wenn du das hast, dass wir es hatten? Da sind sie. Geh über hier. Komm, komm, hurry up. Ich war zu viel, zu sehen, dass du die Gläufe arbeiten kannst. I did learn from the best. Which way? Quickly, in there. I said, come on, for real. Slow down, will ya? I'll catch ya. Ooh, nice. Huh? What the... Chester! Chester is here! Oh, we've gotta lose them. Get him, boys. Remember that time we were... I was thinking the same thing, huh? We're back at the same place? Oh, that was right. Gotcha! Yeah. That's not a hammer. This is a hammer. Shh! Hey, Jimmy! I thought I saw something. Over there! Hey, wait for me! I think we lost them. I think we did. Show it to me. The man. Jax! Look out! Light night! Jax! Cominia! Cominia! You have got to be kidding me! Am I? It's not your time. There is still... much to be done. Ooh! Slow, are you? Yes! Oh, okay. Now... Listen carefully. The map to the druid orbs cannot fall into the hands of the clowns. Save Cominia, and she will show you the way. Okay, let's get one thing straight. No one touches Cominia, and those orbs... Enough! The clown noses are the symbol of their pride. Take them, and I shall reward you. What? There's a reward? Now you're talking. Take the noses. I can do that. Easy. Now... Wake up, and get that web. I will be... Give it up, doll face. I don't know what you're talking about. All right, fine. We're gonna do this the hard way. You just wind yourself a date with the big nose, sweetheart. Grab her, boys. She got him right in the canola. Get your hands off me. Take that! My nose! Hey, you two! Get a hold of the broad. Oh, you're gonna like talking to the big nose. Put me down! You stay here. Make sure he don't go nowhere. I'll be back. Not such a tough guy now, eh? Stupid Chester. That hurt? Ha 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 ha. It's alive! Hey, what's all that noise? What the... You've done it now. Okay, also es scheint ein... Ja. Hegel Slay zu sein. Bip, bip. Okay. Cool. Kann das jetzt klappen? Okay. Schöner Slay-Shading-Look, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Okay. Ja, ich sammel hier Clowns-Nasen ein und hämmer da so ein bisschen rum. Nimm die Nasenmusik der Feinde, um Superbewegung freizuschalten und deine Superbewegungsleiste aufzufüllen. Mhm. Bip, bip. Boah, die Kamera bewegung ist ein bisschen heftig. Aber ich hab doch hier gerade was gesehen, oder? Näh, es war eine Blume, okay. Jacks springt, wenn du X drückst. Springer auf die Kisten, um Höhe gelegene Bereiche zu erreichen. Kommt dann hier nicht durch. Wie gemein ist das denn? Hübsche Aussicht. Was? Drücke Dreieck, um einen Gegenangriff durchzuführen, wenn du dieses Symbol siehst. Aha, okay. Ja. Okay. Pam. Ja, immer schön auf die Oma hauen. Drücke Dreieck, um den Feind zu erledigen, der niedergeschlagen wurde. Okay. Drücke Dreieck zum aktivieren. Die sind schon so ein bisschen drottelig. Trinke Narrensaft, um die Hälfte deiner maximalen Lebenspunkte wieder aufzufüllen. Okay, also Energietrank. Aua. Aua. Oh, wurde er gefallen. Über die Nase her. Danke. Reihenangriffe mit Viereck und L aneinander, um Comics, äh, um Kombos, äh, zu erzeugen. Hm, sehr schön. Ja, das Ganze ist dieses Batman-Spiel-Prinzip, äh, dieses Batman-Steuerungs-Prinzip mit dem Schlagen und Blocken. Hm, ist auch mal ein bisschen stöckelig, muss ich sagen. Tuch. Und die Kameraführung ist auch extra, äh, extra, ist auch irgendwie, naja. What you doing in there? Uh, reading? You can't read in there. Oh, why not? This here is an official Clown Army Spawn Point. You're blocking the spawning, pal. Hey, hey, when you gotta go, you, you gotta go. What you reading? Big red noses, July edition. Hey, it's the blue guy. Get off the sea. Who's blocking the spawning point? Coming through. Verteidigt die Clou-Häuschen. Mhm. Das heißt, die Clou-Häuschen müssen wir jetzt bestimmt zu stören. Ja, super. Ganz toll. Machen wir mal. Na los. Was lädt es denn hier zu lang? Das kann aber nicht wahr sein. Ah, bam, 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 jetzt. Ich werde das pay for that. Ja, dann... Halte die Clown-Verstärkung auf, indem du das Clou-Haus zerstörst. Komm. zerstört unlock superbewegung freigeschaltet drücke kreis um diese clowns in chaos zu stürzen diese superbewegung kann nach kombos und das sammeln von nasen aufgefüllt werden ein bisschen viel zwischen sequenzen soja wo man mal kreis drücken würden das kann man wahrscheinlich in drei stufen ach das ist ein checkpoint, ok uah ok er kommt nicht zurück ist aber der ding ist hier ja man kann auch schmeißen so jetzt kreis pok oh wow das wars so 23er combo also ganz lustig muss ich sagen ist ein bisschen hakelig ein bisschen direkt zu aktivieren ok ja total easy voll idiot so sieht es aus wenn man stirbt dann ist ein Grabstein da ein Grabstein da ja machen wir das halt nochmal hopp ok hüpf ja moment hammerwolf drücke eins wird gemacht zum hammerwolf pack hat geklappt pack krass aber nicht so uah falsche richtung geworfen auch schlau aber ist immer nicht so frech hier also die haben hier dieses ganze batman zeug was ist das aber wir haben die ja mit reingehauen auch mit diesen zeitlupe sachen nach oben ach da geht es jetzt hier lang okay aber wir gucken mal hier noch nach ah ok da geht es nicht weiter also da lang ja ist halt ein hack and slay ne hack and slash hack and slay wie nennt sich die ok no way no way in jedem Level sind zehn Klöckchen versteckt Halte deinen Fortschritt im Auge, indem du L1 drückst. Okay. Man muss jetzt doch auf diese Sachen draufschlagen. Super, da habe ich jetzt bestimmt ein paar Glöckchen verpasst. Darf ich nicht hin? Warte mal, warte mal, warte mal. Pock. Alter, warte doch mal. Gar nicht so einfach mit diesen Typen, mit den Pfeilen. Mann. Ja, also die Kamera ist echt unversichtlich, muss man echt nur sagen. Ja, die spawnen halt hier immer wieder. Ich habe jetzt erst mal diese Karrize an mir. So. Oh, meine Energie. Die meine Energie wieder. Immer schön mit dem Hintergrund ins Gesicht, das ist gut. Okay. Pock. Weg ist er aus. So. Mh. Puss auf, was du dir wünschst, okay. Also hier geht es nicht weiter. Ja, super, da habe ich jetzt einige Glöckchen hundertprozentig verpasst. Bin ich mir ziemlich sicher. Wup, 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 wup. Ja. Und ich habe gelesen am Anfang, das geht wohl auch mehr Spiele. Keine Ahnung. Wah. Nicht. Ne. Ja, Moment, 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 Moment. Ich muss noch mal gucken. Ja, ja. Oh, fall doch einfach mal ins Wasser. Wieso war das jetzt so? Habe ich mich jetzt... Mh. Okay. Nochmal. Die ganze Kacke. Oh, ernsthaft, ich bin noch gesprungen. Was mache ich denn jetzt auf einmal hier? Für einen Mist. Ja. Ja. Pack. Und... So. Jetzt da hin. Dann da hin. Pack. Dann da hin. Pack. Und ich... Och. Durch das Gerüst gesprungen. Das gibt es doch gar nicht. Was ist das denn? Die stehen mir nicht. Sie könnten nochmal rum. Doch, die stehen wieder rum. Und hopp. Huf, na hopp. Ach. Ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Was isst du das für eine Kacke? und dieses immer wieder beleben und dieses lange brauchen mit seiner Mistikacke. So. So. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Halt doch dein Maul. Puck. Und pack. So. So, jetzt ist er mal ehrlich drüben hier. Oh, das... Kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Was ist denn das für ein Mist? So. Hallo, liebe Plattform. Hallo, liebe Plattform 2. Hallo, liebe Plattform 3. Und noch mal diese Plattform. Und dann geht's noch mal. Jetzt bleib ich mal hier, dass ich hier nicht wieder daneben springe. Manchmal ist es ein bisschen vorsichtiger. Und da lang. Und da lang. Ist der da mal reagiert mit dem Schießen? Ist auch schön. Pack. Hä? Was ist denn das jetzt? So. Okay. Wir warten jetzt, bis es ganz drüben ist. Ganz drüben ist. So. Boah. Das ist verdammt witzig. Ich glaube, es ist nicht mehr, dass wir es mal machen. Okay. But. Ausweichen. Feindlichen Angriffen mit L2 und L. Oh mein Gott. Okay. Puck, Puck. Und du noch mal. Noch mal ein bisschen noch zusammen. Guten Tag. Und bam. Ach ja. Und. Jetzt kommen sie angerollt. Halt die Klappe. Ach ja. So, komm mal runter. Kuck, kuck. Fang. Puck. Aua. Boom. Wenn du so weit rüber fliegst, krieg ich doch die Nase nicht. Du musst doch. Gut, den hab ich jetzt schön auf den Boden gepresst. Da oben haben wir noch welche. Hier wäre aber dann auch noch was. Was ist das? Warte mal. Was ist das? Hm, was bringt das mir jetzt hier oben? Park. Ja, immer draufhauen, liebe Freunde. Es ist halt nur... Mag man? Ach, ist das toll. Äh, ja. Oh, wir sind schon bei 30 Minuten, liebe Freunde. Da würde ich sagen... Äh, ja, müssen wir noch einen zweiten Part machen von dem Angezockt hier von der Demo. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis denn. Tschüss.